Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Sättigung und Dynamik und was ist eigentlich der Unterschied? Ich bin wieder in Photoshop und ich werde jetzt einfach mal eine Korrekturebene Dynamik anlegen, denn hier haben wir die Möglichkeit sowohl die Dynamik als auch die Sättigung einzustellen. Ich werde einfach mal anfangen mit der Sättigung und drehe die auf plus 100 und ihr seht schon was passiert, das ganze Bild wird extrem gesättigt, besonders in der Hautpartie ist es extrem eklig, denn das ganze Bild wird hier viel zu orange. Doch was ist jetzt der Unterschied? Dafür werde ich jetzt diese Ebene nochmal ausblenden und eine weitere Dynamikebene anlegen und jetzt einfach mal die Dynamik auf plus 100 setzen und jetzt seht ihr auch schon was der Unterschied ist. Besonders in der Hautpartie sieht man es, hier werden die Farben wesentlich weniger gesättigt und das ist auch der ganze Trick dabei. Die Dynamik sättigt alle Farben im Bild, die weniger gesättigt sind als andere Farben. Das klingt jetzt ein wenig umständlich, aber die Dynamik gleicht einfach alle Farben in ihrer Sättigung etwas mehr an, während die Sättigung halt alle Farben im Bild gleichermaßen sättigt. Und besonders wenn wir mit Menschen in Bildern arbeiten, ist es extrem sinnvoll, die Dynamik zu nutzen und nicht die Sättigung, denn der Dynamikregler verhindert vor allem die zu starke Sättigung von Hautfarben. Das ist der ganze Trick dabei, ich würde euch also empfehlen, eher immer zur Dynamik zu greifen, wenn es um Menschen in Bildern geht und wenn es um Landschaften, Architektur und so weiter geht, kann man auch die Sättigung nutzen, allerdings nie so stark wie hier. Das war das Video für heute, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!